Das nächste Video von einer Albert Feuerwerk, in Klammern Agente oder Funke Batterie, ist jetzt offiziell draußen und zwar handelt es sich hierbei um die Barbies Boy. Die Batterie wird es nämlich dieses Jahr im Thomas Philips geben. Die Barbies Boy hat 48 Schuss, 33 Sekunden Brenndauer und 486 Gramm NEM, zählt also zu den 500 Gramm Batterien und kostet nur 22,22 Euro und ob sie sich für diesen Preis lohnt, das schauen wir uns jetzt mal an. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Und ich meine, man wird von Funke oder Agento wirklich selten enttäuscht und auch in diesem Fall hier definitiv nicht. Also echt eine sehr, sehr schöne Batterie finde ich. Die ist so ein bisschen mit der Stormy Flash vom Lidl zu vergleichen. Natürlich vor allem aufgrund der Wirbeleffekte, aber da ist die Barbies Boy finde ich wirklich nochmal ein ganzes Stück besser. Von mir gibt es also vor allem für den Preis 4,5 von 5 Sternen. Schreibt mir also sehr gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Für mehr solcher Videos lasst mir sehr gerne einen Like und ein Abo da, würde mich wirklich sehr supporten. Das Video von Agento habe ich euch natürlich auch verlinkt. Vielen Dank fürs Zuschauen und ciao!